Ja! Ja, Jake, du hast ihn mal! Ja! Da ist er! Er kommt, er kommt! Du weißt, wie du das Tau ziehen musst? Ja. Ja! Ja! Ja, Jake, du hast ihn mal! Ja! Jetzt wäre es genau richtig! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Habt ihr das gesehen, Männer? Okay, dann drehen wir den Tag mal ein bisschen! Jetzt werden wir sehen, ob Onkel Jakes Ausrüstung wirklich funktioniert! Michael! Na komm, bewegt deinen Hintern an! Unsere kleine Insel scheint Ihnen gut zu bekommen! Ich habe meine eigene kleine Insel! Ja, aber da ist es so kalt im Winter! Ich habe es einmal mit dem Winter versucht! Da wären wir! In Burlington, Vermont! Ich war auf dem Flug nach New York! Oh! Ich habe einen Knochen in meinem linken Fuß, der noch immer nicht aufgetaut ist! Als ich ein kleiner Junge war... Das kann man sich übrigens sehr gut vorstellen, mein Junge! Ich träumte davon, es immer warm zu haben! Äh, was möchten Sie? Ähm, was wir das letzte Mal hatten! Zwei Bahama-Mamas, bitte! Bleiben Sie doch eine Weile! Ich nehme mir frei! Sie nehmen sich sehr oft frei! Ich reise gern rum! Ich klaue mir noch mal das Flugzeug vom Boss! Werden Sie da keinen Ärger bekommen? Werden Sie das nicht rauskriegt nicht! Es ist nur ein Sprung runter in die Karibik! Wir könnten da ein paar Tage verbringen! Es gibt sicher eine Menge Damen, die froh wären mitfliegen zu können! Ja, sicher, aber... Ich habe diese einseitigen Gespräche gründlich satt! Ich verspüre einen unwiderstehlichen Drang, Sie zu küssen, Ellen Brody! Wieso? Ich habe den Eindruck, Ihnen wird es nie ganz klar werden, wieso! Rot werden steht Ihnen! Tut mir leid, ich bin nur... Es gibt nichts, was Ihnen leidtut! Nein, ich meine, diese ganze Geschichte hier... Die Idee ist doch einfach grotesk! Das finde ich nicht! Sind Sie sicher, dass Ihre Augen in Ordnung sind? Ich bin Pilot! Meine Sehkraft ist perfekt! Was können wir aus dem alten Kahn rausholen? Wasser gerade läuft! Neun Knoten! Scheiße, wir müssen an dem verdammten Hai dranbleiben! Hast du bestimmt Vollgas gegeben? Volle Frülle! Komm schon, du übergroßer Goldfisch! Komm zu Onkel Jake! Seit wann kennst du Hoagie? Was? Seit wann kennst du Hoagie schon? Was zum Teufel hat Hoagie denn hier mit zu tun? Wie lange? Weiß nicht, Michael, seit er hier ist! Rüber nach Steuerbord! Seit wann ist er denn hier? Wer? Hoagie! Hey Mann, eines Tages war er hier, das ist alles! Was weißt du über ihn? Er ist hinter meiner Mutter her! Was ist denn daran so komisch? Du denkst, er ist nicht gut genug für sie, ha? Aber das finde ich auch! Wenn sie meine Mutter wäre, würde ich sie zusammenpacken und sofort nach Haus schicken! Du musst wenden, wir fahren in die falsche Richtung! Ich meine ja nur, ein paar Piloten transportieren Drogen und so! Und er fliegt dauernd irgendwo hin, man weiß ja nie wo... Fern nicht zur Wende, Michael! Jetzt wenden, los! Okay! Bleib ich, Mann! Wir verlieren ihn! Komm schon, du musst doch was über ihn wissen! Hey Mann, er spielt gerne, er mag Frauen und nur nervt mich nicht! Ich hab gehört, er fliegt ne Menge privatisch an! Verdammt, wir haben ihn verloren! Vielleicht hat dein Gerät schlapp gemacht! Vielleicht hast du schlapp gemacht, als du über Hoagie gequatscht hast! Vielleicht ist er abgehauen! Na gut, Mr. Fish! Wir kommen zurück und dann finden wir dich morgen! Wir kommen zurück und dann finden wir dich morgen! Wir kommen schnell nachher auf! Vielen Dank.